Okay, also ich bin jetzt gerade im Rathaus und habe kurz mal rumprobiert. Also ich glaube, das leere Büro bringt nicht viel und der Sacharbeiter bringt auch nicht viel. Das wirkt sehr deterministisch. Das heißt, das Einzige, was noch möglich ist, ist, dass wir beim Bürgermeister was ändern können oder aber, wenn wir in diesen Pausenraum gehen. Erinnert euch, da waren ja auch zwei Leute, die sich unterhalten haben. Wir haben dort einen Kaffee geholt. Ähm, wir gehen zum Pausenmacher. Am besten wird es sein, sich zu den vollentzenden Beamten zu gesellen. Eins mit der Umgebung. Ein Blick schweift durch den Raum. Du überlegst, wen von ihnen du mit deiner Anwesenheit beglückst. Ein paar ältere Herren haben sich perfekt für deine Zwecke positioniert. Allesamt starren sie ideenlos auf ihre Kaffeetassen. Mehrere Meter entfernt, doch du solltest jedes Wort, der sich als Leute mithören können. Du schnappst dir einen Stuhl, der an einem unbenutzten Tisch steht und stellst ihn an den Tisch deines Opfers. Darf ich? Fragst du mehr aus Gewohnheit als aus tatsächlichem Interesse. Weil etwas stimmt nicht. Und sich überlegst du, was dich so aus dem Konzept bringt, bis dir klar wird, dass die beiden Beamten ihre Unterhaltung unterbrochen haben. Es sind Augenwinkeln. Mimmst du wahr, dass dein Tisch nachbar nicht mehr benommen in die leere Stadt aufgevollene, mit geplatzten Äderchen verzierte Klüppschaugen sind auf dich gerichtet, der Mund einer Fratze verzogen. Er rinnt es seiner Kehle, klingt es etwa nach Panik. Zu spät wird dir klar, welches unbeschriebene Gesetz du gebrochen hast. Dein halb hingeflüsterter Halbsatz war eine direkte, menschliche Interaktion, möglicherweise seine erste, dritte Karte. Dein Gegenüber beginnt zu realisieren, dass du hier nicht hergehörst. Du drohst ihm leist zu sein, legst den Finger an die Lippen. Trost ihm leist zu sein. Wenn dein Gegenüber eine Szene macht, fällst du auf und musst möglicherweise sogar die Beamtencavateria verlassen. Anbetracht dieses Risikos ist der Einsatz angedrohter Gewalt eindeutig gerechtfertigt. Mit geballtem Verfaust ziehst du ihm durchgepleckte Zähne zu. Kein Wort. Schreit er panisch auf und stößt sich mit den Beinen vom Tisch ab, um etwas Abstand zu gewinnen. Der Schwung lässt ihn mit dem Stuhl rückwärts kippen und unsanft auf den Boden aufkommen. Die beiden Wachleute haben ihre Unterhaltung unterbrochen und sind alarmiert. Neue Richtung. Hey, guck mal, ich seh's, sagt der andere. Das ist mehr Aufmerksamkeit, als dir lieb ist. Dich das Band ausgeben? Zugang Hechten hatte ich, glaube ich, schon mal probiert. Da kommen wir raus. Dich das Band ausgeben. Ganz ruhig. Es ist noch nicht zu spät. Dein Verstand gibt nach. Zieht sich zurück. Dein Instinkt übernimmt die Kontrolle. Du lässt deinen Körper erschlaffen. Deine Wirbelsäule krümmt sich. Dein Oberkörper sackt zusammen. Dein Sichtfeld neigt sich herab auf den dreckigen Tisch. Eglische Regung, die deine Minen zuvor geprägt haben mag, weicht einem Emotionslosen nichts. Du hast es geschafft. Du fühlst es. Du lebst es. Du bist ein Beamter. Was immer die beiden Wachmänner gesehen haben mögen, ist es fort. Dein Gegenüber ist mittlerweile verstummt. Hat die Stirn gerunzelt und versucht, dein Gesicht zu lesen. Ohne Erfolg. Denn da ist nichts. Einer der beiden Wachleute reibt sich über die aufgedunsten Wangen. Während er spricht. Geht mir so dermaßen auf die Nerven, der Idiot. Ich bin doch kein Kindermädchen. Es ist halt keiner von uns. Soll er seine Reden schreiben und Fotos von sich knipsen lassen? Oder was immer man als Bürgermeister macht? Er widert eine nasale Stimme. Verdammt, Karl. Ich sag's dir. Der Typ ist eine tickende Zeitbombe. Dauert nicht mehr lange. Und er spricht mit der Presse. Der richtigen, meine ich. Und dann dauert es nur zwei Sekunden. Wir haben das FBI am Hals. Dein Kollege haut ihm auf die Schulter. Du, alter Schwarzseher. Die beiden schlurfen mit ihrem Kaffee im Korridor. Ihre Pause scheint früher zu sein. Besse, FBI? Hat die Stadt etwa Dreck am Stecken? Nicht sicher, wie du diese Gesprächsfetzen deuten kölnst, machst du dich auf den Weg zurück in die Korridor des Rathauses. Doch nicht, ohne erst den Kopf aus dem Türraum zu strecken. Zwar Personal ist nicht mehr zu sehen. Okay. Wer hat noch schon mal den schwarzen Kaffee getrunken? Okay, wir gehen noch mal zum Bürgermeister. Ich mach's mal schneller, weil, ähm... Genau. Der hochgewachsene Mann eilt herbei. Ähm, hallo? Der Assistent steht nun ebenfalls auf und schleicht in den Bürgermeister, um eurer Unterhaltung folgen zu können. Oh, an ihrer farbenfrohen Kleidung kann ich schon sehen. Sie sind nicht von hier was. Er deutet auf deinen Drenchcoat. Ich bin Bürgermeister von Porn. Willkommen in unserer wunderschönen Stadt. Ich hoffe sehr, Sie genießen Ihren Besuch. Natt. Oh, sagen Sie nichts. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Sie haben gehört von Innsmys, der wundertastatösten, kleinen, pittoresken Stadt am Meer. Und Sie haben vielleicht auch den einen oder anderen Anwohner hier gesprochen. Ich meine, ebenso ins Gespräch kommt. Spontan. Ungezwungen. Es ergibt sich einfach so. Jedenfalls. Sie reden und reden und reden und reden und merken, dass die Menschen hier ganz ruhig sind. Bescheiden, könnte man sagen. Dir wird leicht schwummerig. Wie lange kann dieser Typ reden, ohne Luft zu holen? Siehen Sie, die braven Einwohner dieser Stadt sind ehrliche Fischer, wettergegebte Bauern der See. Das selbste Gewerbe der Welt. Mit Marketing kennen Sie sich nicht so gut aus. Und deswegen machen Sie eventuell hin und wieder einen etwas, naja, verschrobenen Eindruck auf Außenstehende. Eigentlich haben Sie all ein Herz aus Gold. Was machen Sie hier? Was macht man als Bürgermeister einer so abgelegenen Stadt? Ha! Sie sollten eher fragen, was macht man nicht? Was machen Sie denn nicht? Oh, Sekunde. Der Bürgermeister lehnt sich schräg herab. Der Berater fließt ihm etwas ins Ohr. Selbstverständlich ist man nicht involviert in illegale Aktivitäten jedweder Art, als eine willendurchsmarinette des esoterischen Ordens des Dargons. Puh. Esoterische Orten? Des Dargons? Was soll das sein? Ist das der örtliche Yoga-Verein? Ach, richtig. Sie sind ja nicht von hier. Der EOD ist die populärste Partei in Innsmiss. Seit ihrem Aufstieg hat sich der Ort von Mausgrauen Fischerdorf in ein florierendes Touristenparadies verhandelt. Wir sind so kurz davor, einen Maps-Eintrag zu bekommen. Google Maps, ja? Der Berater flüstert dem Bürgermeister etwas ins Ohr. Wie ich soeben höre, wurde der Maps-Eintrag abgewiesen. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl für das nächste Jahr. Warten Sie, Sie sind nicht aufzufinden in globalen Suchmaschinen. Innsmiss liegt ein wenig unter dem Radar. Leider gibt es hier kein Handyempfang. Und irgendetwas stört auch alle anderen technischen Signale. Aber meine Partei versichert mir. Das wird sich schon bald ändern. Ich zitiere, die ganze Welt wird von uns hören, ob sie essen wollen oder nicht. Keine Ahnung, was genau Sie damit meinen, aber in meinen Mund liegt es nach Grades Publicity. Und der Bürgermeister strahlt. Äh, Marketing? Was für eine Art Marketing betreiben Sie denn hier? Da gibt es viel zu tun. Das Versprechen für meine derzeitige Wahlperiode war, den Tourismus um mindestens 10.000% anzukurbeln und mehr spendable Touristen da ins Miss zu locken. Das ist durchaus beeindruckend. 10.000%? Wie schafft man das denn? Ach, das war ganz einfach. Vor meiner Wahl befand sich die Zahl im Minusbereich, eine Buslinie einzurichten, die einmal die Woche fährt, hat die Zahl der Besucher bereits explosionsartig in die Höhe schießen lassen. Meine Partei genießt daher das vollste Vertrauen der Stadt mit 97% aller Stimmen. Wen haben denn die restlichen 3% gewählt? Der Berater flüstert ihm etwas zu. Man munkelt. Bei der Oppositionspartei handelt es sich um ein engagiertes Schulprojekt. Seltsame Typ. Äh, Dagon. Dieser Dagon, äh, klingt so, als hätte er gute Ideen. Unser bester Mann. Kann ich bei dem Verein mitmachen? Der Blick des Bürgermeisters und seines Beraters treffen sich. Offenbar unsicher, was sie aus deinem Verhalten schließen wollen. Der Kundenträger raunt von Porn etwas ins Ohr. Der Bürgermeister nickt und wendet sich wieder an Tisch. Wie wollen sie denn mitmachen? Äh, Urten unterstützen. Die Stadt steht offenbar unter gutem Einfluss. Braucht ihr noch Wahlhelfer oder so? Na, aber gerne doch. Der Bürgermeister händigt dir eine Handvoll Volt-Fun-Porn-Buttons und einen stabelischen Sticker mit der S-Flagge aus. Hoffentlich gibt es auf dem Weg hier heraus einen Mülleimer. Du hebst abwehrend die Hände, wie um dich vor einer weiteren Schwabfallattacke zu schützen. Während du dich wie eine Krabbe seitlich zur Tür bewegst, gibst du noch ein paar Höflichkeitswesken von dir. Ich will sie nicht weiter von der Arbeit abhalten. Entschuldigen Sie die Störung. Hübsches Jackett. Schönen Tag noch. Die Stimme des Bürgermeisters tönt dir nach. Noch nach, bevor du die offene, schalldichte Tür geschlossen hast. Vergessen Sie nicht zu wählen. Ja, ja, ja. Alleine stehst du wieder im Korridor. Okay. Das heißt, Kirche beitreten, können wir noch einmal fragen. Wir können schauen, wenn wir auf die vermisste Person ihn ansprechen. Und sonst wäre auch halt die Alternative, dass wir nochmal versuchen, mit den beiden Wachmannen was zu machen. Bis gleich. Wie wollen Sie denn mitmachen? Wir können zum Beispiel der Kirche beitreten. Ja, wenn schon, dann schon, denn schon. Ich würde gerne beitreten. Der Berater zuckt mit den Schultern und klopft auf eine Stelle der riesigen antiken Stadtplans an der Wand hängt. Die Kirche ist erstaunlich nah am Wasser gebaut. Solltest du finden können. Von Porn räuspert sich. Falls man sie beitreten lässt, lese ein gutes Wort für mich ein. Ich bin schon seit Jahren auf der Wartelliste. Im Hintergrund schüttelt der Berater nur langsam den Kopf. Okay, okay, danach gehst du auch. Heißt das, dass du danach die Möglichkeit hast, in die Kirche zu gehen? Okay, also das wäre hier die Alternative. Gut, wir gucken mal, was passiert, wenn wir uns ungeschickt verhalten. So, vermisste Personen erwählen. Haben Sie gewusst, dass viele Menschen in dieser Stadt als vermisst gemeldet wurden? Der Berater hat flüssigem etwas zu. Man kann sich nicht zu 100% sicher sein, was diesen Personen passiert ist. Vielleicht vermissen einige Einwohner unserer Stadt bloß alte Bekannte, die sie länger nicht gesehen haben. Ich zum Beispiel vermisse diesen Tiger, der immer für Grundflex geworben hat. Äh, den Tiger gibt es immer noch. Wirklich? Oh Mann! Ich wünschte, hier gäbe es anständigen Fernsehempfang. Okay, also der ist auch abgeschirmt von der Außenwelt. Du müsstest Mädchen erwähnen. Wussten Sie, dass ein kleines Mädchen verschwunden ist? Das ist ja furchtbar. Ich hoffe doch sehr, sie taucht wieder auf. Sie sollten auf jeden Fall die Polizei verständigen. Die Mutter hat sich an mich gewandt. Sie kam in mein Detektivbüro und hat mich angehört, sie zu finden. Der Berater zupft an Pfannpanns Anzug und flüssigem etwas zu. Ich soeben höre, sollte ich mich lieber aus prekären Angelegenheiten heraushalten, wenn meine Karriere lieb ist. Der Bürgermeister lächelt starr vor sich hin. Ihnen Hilfe bitten. Es geht um ein Kind um Himmels Willen. Haben Sie keinen Anstand? Die Augen des starrlächelnden Bürgermeisters wandern kurz zu seinem Sekretär rüber, der eine winzige Pfeife hervorholt. Er bläst einmal tief herein, doch kein Ton ist zu hören. Verdammt! Wird etwa ein Rudel Hunde auf dich losgelassen? Sind wir bei Mr. Burns? Nein. Viel schlimmer. Zwei Männer betreten den Raum. Sicherheitsdienst, wie es aussieht. Die Finger der beiden streicheln bereits über ihre Schlagstöcke. Ohne sich über Situationen zu informieren, kommen sie mit gelangweilten Minen direkt auf dich zu. Mitkommen Ein Aufstand machen. Das ist ja wohl die Höhe. So wird man in diesem Dorf als Gast behandelt? Rohlst du laut und penetrant, wie du es beim Nachmittagstorschuss studiert hast. Das ist der Dank dafür, dass ich ein verschwundenes Mädchen aus euren Reihen suche. Unfassbar. Von Porn tauscht radlose Blicke mit seinem Berater aus, der nur mit den Achseln zuckt. Bevor du dein Leihenschauspielprogramm fortführen kannst, rammt etwas Hartes in deine Magengrube. Kraftlos sagst du auf die Knie. Ach Gottchen, war das wirklich nötig? Hörst du den Bürgermeister? Seine Stimme dringt zu dir wie durch eine Schicht Watte. Ich meine, tut das nicht weh? Nimm's gerade noch wahr, wie du an den Armen gepackt und aus dem Büro getragen wirst. Wenn du dich versiehst, haben die Wachmänner dich zurück in den eigenen Bereich des Rathaus transportiert. Dein linker Arm ist plötzlich frei. Du kannst hören, wie die Tür geöffnet wird. Tageslicht. Bevor du das erwidern kannst, stoßen die beiden dich grob über die Türschwelle. Du taumelst auf den Rathausplatz. Im letzten Moment gelingt es dir, dein Gleichgewicht wiederzufinden. Immerhin bleibt dir eine unsanfte Landung auf dem Backsteinpflaster erspart. Das Rathaus, wenn du uns bist, zu betreten, war eine seltsame Erfahrung. Du schließt, alle anderen städtischen Einrichtungen zu meiden und nicht noch mehr kostbare Zeit zu verlieren. Okay. Also wenn wir den bitten, dann... Wer hat mir rausgeworfen? Wir hätten ihn noch unterstützen können. Das testen wir auch nochmal. Äh, gut gemacht. Der Bürgermeister klatscht und fiepst glücklich auf. Erinnert dich an ein Nagetier, das auf einen Leckerchen wartet, nachdem es erfolgreich einen Trick absolviert hat. Sein Berater flüstert von vorn etwas ins Ohr, worauf sich dessen Mundwinkel schlagartig herabsenken. Der Bürgermeister verhallt die Hände und blickt leitend zu Boden, wie ein gedrehter Hundewelbe. Ich kann leider nicht länger mit ihm reden. Ich verschwende meine Arbeitszeit. Sein Blick verrät dir, dass er anders denkt. Dass er sicher gerne mehr Komplimente über sich und seine Arbeit hören würde. Stundenlang. Die ganze Nacht. Was machen Sie heute Abend? Ein so vielbeschäftiger Mann wie Sie. Sicher schon was vor heute Abend, was? Du wackelst mir in Augenbrauen. Van Purns Berater lacht grunzend auf. Der Bürgermeister schüttelt nervig den Kopf. Ich kann mir vorstellen, warum Sie das denken. Aber tatsächlich habe ich rein gar nichts vor. Ich bin zu frei. Freier geht es kaum. Der Berater räuspert sich einmal mehr und verschränkt dann demonstrativ die Arme. Van Purnen macht große Augen und hält sich die Hand vor den Mund. Stimmt. Das Ding ist ja heute. Er wendet sich dir wieder zu. Leider muss ich übers Wochenende die Stadt verlassen. Und packen. Ich muss nur noch packen. Der Bürgermeister beginnt, dich aus deinem Büro zu schieben. Dich aus deinem Büro zu schieben. Ehe du fragen kannst, welches Ding bei dir stattfindet, findest du dich auf dem Flur des Rathauses wieder. Ein Klacken signalisiert, dass Van Purnen seine Tür abgeschlossen hat. Okay, also egal was wir machen. Wir fliegen raus. Wir können höchstens mit der Kirche. Ich weiß nicht. Aber wir kommen danach nicht zur Kirche. Weil zuerst ein Rausversinn wollen wir ja Richtung Gassen laufen. Da kommen wir nicht mehr in den Hafen. Okay, damit haben wir den abgehandelt. Wir machen Rumschlendern. Wir machen den Blick hinein. Wir versuchen nochmal zur Kaffeemaschine zu gehen. Einatmen, ausatmen, einatmen. Wolfenstein, los. Dein Instinkt übernimmt die Kontrolle. Dich in eine Horte Beamte eingliedern? Kein Problem. Was ist der einzig funktionierende Gehirnimpuls eines Beamten? Mehr Kaffee. Zielstrebig. Doch nicht zu zielstrebig. Eher gelangweilt und ziellos zielstrebig. Näherst du dich dem Kaffeeautomaten, der neben einer Palette Tassen auf einer Theke platziert ist. Du stellst eine der Tassen auf die verdreckte Halterung und musst die Beschriftung der Knöpfe. Gleich mehrere Sorten stehen zur Auswahl. Schwarz ohne Zucker. Schwarz ohne Zucker. Schwarz ohne Zucker. Entschuldigung. Schwarz ohne Zucker. Und entscheidest dich für schwarzen Kaffee ohne Zucker. Die Tasse füllt sich langsam aber stetig mit dickflüssigem schwarzen Sirup, der dich an das Öleck des Wagens deiner Eltern erinnert. Als der Automat aufgehört hat, die gallertartige Kaffeesubstanz auszuröcheln, bleibt ein schleimiger Tropfen am Hahn hängen. Du neigst die Tasse hin und her. Der Kaffee darin bleibt an seiner Stelle haften. Guter Kaffee. Den Kopf in den Nacken, die Tasse an den Lippen, wartest du darauf, dass die Flüssigkeit dem Gesetz der Schwerkraft folgt. Währenddessen richtest du deine Aufmerksamkeit auf das Gespräch der beiden Wachleute. Warte mal, das haben wir alles gehabt. Okay, passiert nichts anderes. Der Vollständigkeit halber noch, was passiert, wenn wir an den beiden versuchen, rauszurennen, wenn wir hier den anderen Beamten genervt haben. Das teste ich noch, dann haben wir das Rathaus beendet. So, das ist mehr Aufmerksamkeit, als dir lieb ist. Zum Ausgang hechten. Dein Körper schaltet auf Autopilot. Du schiebst dich an den kleinen Tischen und Stühlen vorbei, die dir nun wie mutwillig platzierte Hindernisse vorkommen. Beschämt verlässt du den Pausenraum und schleißt noch gleich um die nächste Abzweigung. Du laufst. Entweder sind die beiden Typen einem anderen Weg gefolgt, oder sie haben dich schlicht und einfach für nicht wichtig genug gehalten, um dir zu folgen. Beides soll dir recht sein. Okay, damit haben wir Rathaus durch. Ich wüsste gerade nicht, was wir noch an Alternativen machen. Und das heißt, in der nächsten Folge könnten wir zum Beispiel mal das Polizeibüro betreten. Bis dahin, euer Landito. Tschüss. Tschüss.